Ich bin nach Hause, Erdor-Shop-Video wird gleich von der Autobahn aus gemacht, Content wird nicht vernachlässigt Ja Mann, wir sind gleich zu Hause Ich habe euch versprochen, dass ich jeden Tag streamen werde, ich bin jetzt zu Hause Also, es gibt jetzt einen wilden Stream, Maximum eine Stunde, kommt vorbei auf twitch.tv, Mois Underline Kid Digger, wildes Reaction Game Viel zu wild Bruder, wir haben den größten Shirt gekauft, den es in den Shop gehabt, der passt irgendwie nicht mehr Du musst größere Größen machen für den Bruder Mein Macbook ist wie meine Videos Morgen um 23.59 Uhr 23.59 Uhr, Erdor, was passiert dann? Meine Nippelwände, ey Leute, die meisten fragen mich noch immer, wieso ich seit 5-6 Tagen kein Video hochlade Jungs, sagt mal, schaltet euch vertikal durch den Arschloch Ich bin gesperrt, ich bin gesperrt, bis morgen, 12.00 Uhr nachts Ich bin gesperrt, bis morgen, weine ich möchte mit dieser story öffentlichen druck auf kapia ausüben er will nicht richtig oder so oft erspielen er hat angst sombra ist dabei doch doch kackt euch nicht